Wir sind zurück und ich bin irgendwie falsch. Ich bin Angreifer. Du bist Verteidiger, Jay, ne? Och toll, jetzt hast du die Seiten gewechselt, du Schwanz. Ja, pass auf, ich mach das kurz. Team wechseln. So. In welchem Squad bist du denn? Ah, da, in Delta. So. So, wir spielen Rush auf der Map Operations Spind. Das ist so ein bisschen die neue Metro-Map. Die hab ich noch nie gespielt. Und ich hab gehört, dass gerade schon ne Bombe gelegt wurde. Wir sind ein bisschen spät dran, weil mein Battlefield abgestürzt ist. Obwohl der neue Patch rausgekommen ist, der mehr Stabilität verspricht. Aber, naja, was will man machen, ne? Alter, was hier abgeht, ey. Da werden wir doch erstmal in eine andere Klasse. Ach, ne, Moment, da war er, ne? Scheiß. Ah, die haben bei Haar auch schon geblendet. Äh, ich bin jetzt mal Versorger. Scheiß Versorger? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ich krieg hier von allen Seiten aufs Maul. Was ist denn los? Wo ist denn A überhaupt? Noll, und hoch. Alter Vater, ist das ein Gemetzel. In der Tat. What the fuck? Guck mal, ich kann doch da vorne bei euch, Joy, nur noch ein bisschen verteidigen. Okay, wir sind verloren. Oh, 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 weg hier. Alter, ich krieg nur auf den Sack. Ja, ich kann, ich kann dir Leben geben. Ich muss mal die Waffe wechseln. Ja, genau, leg dich mal da hin und kill alle, die da durch wollen. Ja, das ist der Plan. Das ist ein guter Plan. Boah, ich hab einen Kill gemacht. Juhu! König auf der Welt. Haha, da geht's schon los. Aua. Schaden. Nachladen. Einfacher reinhalten. Ich seh die gar nicht. Ja, ich... Ich schieß auch einfach die Rennzeit rein. Die sind da ja alle. Schon was gekillt? Ja, einen. Was? Hier geht langsam die Muni aus. Rechts ist einer. Er schießt auf mich. Scheiße. Du bist tot, ich komme. Ja, nice. Ich bin tot. Wie könnte das passieren? Ja, ich bin direkt gestorben. Ich hab nur noch nicht gecheckt, wie ich mit dem Letzen wieder zukomme. Äh, Space drücken. Also, äh, Leertaste. Okay. Weil irgendwas ist mit rechter Maustaste auch noch. Die kannst du, glaub ich, ablehnen oder so. Ah, okay. Ich hab nämlich, glaub ich, immer Rechtsklick gedrückt. Das ist immer falsch. Das ist sehr clever. Mich immer gewundert. Aber jetzt war ich gerade wirklich trotzdem cool. Boah, einfach die ganze Treiben halten. Oh! Lebst du noch? Leg mir da mal Leben hin, bitte. Kann ich gerade nicht. Das andere Leute retten. Okay, mach den mal. Oh, 20er P. Ich bin zu dumm. Ach, so. Alter, Vater. Alter, what the fuck? Mach da da nicht vieles. Alter, ich bin tot. Der kommt jetzt um die Ecke. Ich komme zu dir. Die sind jetzt da auch drin. Durch das Gitter durch. Ah, ja, stimmt. Oh mein Gott, scheiße. Was ist der denn? Der Prusco. What the fuck? Wo kann ich denn jetzt schon hin? Lol. Mit dem Johnny aber nicht, ey. What the fuck machen die da? Irgendwie Bug-using oder so. Keine Ahnung. Bombe bei B-Scharf. So, nicht für die Getränke. Einfach mal reinhauen. Ja, dann schärft. Sehr gut. Alter, alter, Vater. Ja, da sagst du was. Alter, Vater, da sagst du was. Das sind die Falle, Alter. Rechts sind auch noch rein. Oh mein Gott, sind doch viele. Das sind alle, einfach eine Granate. Alter, Vater, die überrennen dich ja so ekelhaft. Ich dachte, wenn man eine Granate werfen, würde die mal kurz weghalten. Ja, direkt so ein Triple-Kill. Ja, leider nicht. Ich renne direkt wieder zu B. Ich glaube, das ist der an. Alter, Vater. Hart. Sehr hart gerade. Haha, wie ich einfach voll schlecht bin. Oh, ich renne ja wie so ein Wahnsinniger durch die Gegend, ey. Peter holt sich schön die Letztrunde. Geht eigentlich, ich hab gerade mehr gekillt als geretzt. Retzen wirklich nicht mehr so viele Punkte. Echt? Warte, guck mal, die können nix, die Huren. Erstmal Granate werfen, wieder pflüchten. Heilen. Auch mehr heilen. Und wieder wegkennen. Ja, das war es gewonnen. Ja, dann würde ich mal sagen, halten. Auch mehr heilen. Wow! Lol, da springt der voll in die Nase, ey. Und. Geblockt werden. Ich kann dir mir voll voll die Nase, ey. Hammergeil, Junge. Bin ja auch gespannt, wie wir uns jetzt gleich, äh, Als Angreifer. Ja, gute Frage. Da bin ich aber echt gespannt. GG, euer Ernst. What the fuck? Was soll man denn sagen, ey? Dann ist es halt viel zu viele Leute für diesen Spielmodus auf diese Karte. Schlechte Verlierer. Ja, genau. Metro Battle for 4 Editions. Genau so sieht es aus. Ohne Piet hättet ihr verloren. So sieht es nämlich aus. Oh, Jay. Du bist zu weit unten, wo du das überlesen. Ja, oh. Wie schlecht dieser Jay ist. Wieso hast denn du so ein grünes Sternchen bei mir? Weil ich halt ein grünes Sternchen bin. Ja, du bist ein grünes Sternchen, Jay. Ja. So, jetzt Angreifer. Ah, hätt ich nicht gedacht. Da dachte ich, es kommt der Eroberung oder sowas. Weil er hat ja mein, das hat ja immer sonst gewechselt. Ja, das wäre aber ein bisschen, ein bisschen traurig, dann wäre die Folge ein bisschen zu kurz. Ja. So, dann wollen wir doch mal direkt. Ja. Okay, wo lang? A oder B? A. B ist näher dran. Alles klar, B. Ich bin ja flexibel. Die sind ja schon alle jetzt da. Im Planten bei B. Aua, aua, aua. Ich habe schon einen weggefickt. Weil ich ein kleiner Ficker bin. Oh. Alter, das ist nicht cool. Scheiße, wir hätten das direkt machen müssen. Ich bin tot. Ah, lol. Wie da zwischen den Gittern hocken. Alter, hast du gerade gesehen, wie viele... Oh mein Gott, siehst du dazwischen, wie viele roten Punkte auf der Map sind. Lolo, lo, lo. Aber alle vermehrt bei A. Dann müssen wir die Chance nutzen, um zu B zu gehen. Oh, wie ich hier direkt aufs Maul bekomme, wenn ich auch nur in die Nähe gehe. What? Oh, ich treffe aber nichts. Ey, da im Busch und hast du nicht. Bleib mal da kurz, bitte. Na ja. Ich glaube, ich muss mal sniper werden. Über dir könnten die auch sein. Na, aber hier ist keiner irgendwie. Also, weil ich probiere jetzt mal zu planten. Ich kann hier nicht drüber planten. Doch, so kann ich planten. Und geplantet. Hä? Jetzt können die gerne schießen. Jetzt habe ich schon geplantet, ihr Mongos. Aua. What the fuck? Was ist los, Jay? Das ist krank. Ich bin voll auf den Jack. Die werden auch entschärfen. Ich bin gestorben. Wobei jemand anders könnte verteidigen. Aber davon darfst du ja nie ausgehen. Nee. Läu, hat geklappt. Ich glaube... Ja, gut. Bleib ich bei der SCAR? Oh, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich bleib bei der SCAR. Dann mal A, oder? Ja. Muss ja. Ja, muss keine andere Wahl. Ja, richtig. Ey, wo kommt ihr denn hier in Noten? Wie viele das sind. Die sind schon fast am Spawn. Ich glaube, die wollen uns von hinten ein bisschen fügeln. Die stehen so ein bisschen auf dem harten Aschbett. Oh, Mann. Oh, ist jetzt schlecht. Hart auf den Sack am Kriegen. Und hier bekämpfen die uns schon von einer ganz bösen Situation. Ja, relativ am Anfang irgendwie. Das geht gar nicht klar. Ich glaube, ich auch. V40, mir wieder tot. Keine Schnitte. Gar keine Schnitte gerade. Wie viele Tickets haben wir denn noch? 13? 13? Oh je, oh je. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Gibt es noch einen anderen Weg außer diesem Scheißweg? Oh, kann es noch links gehen. Gibt es nur links und rechts? Direkt links die Treppe hoch. Irgendwie schon. Direkt links die Treppe hoch. Wir müssen hier durch diese Verhängung durch. Das wird nicht funktionieren. Ich probiere es einfach mal. Hat nicht funktioniert. Scheiße. Ich dachte, vielleicht übersehen sie mich. Alter. Ja, keine Chance. Nicht wahrnsatzweise. Nee. Nicht ansatzweise richtig. Ja, haben wir uns erst gefreut, dass wir gerade halbwegs was gewissen haben. Ja. Jetzt haben wir direkt richtig ausmacht bekommen. Kann man so sagen, ja. Oh Gott, das war ja erbärmlich. Alter, Vater. Ich muss sagen, bei so weit ist Battlefield, das ist nicht die Stärke von Battlefield meiner Meinung nach. Rush? Solche kleinen Infanterie-Maps. Ach so. Das sollen die mal, also ich weiß nicht. Die machen, also Close Quarters hat damals schon extrem Spaß gemacht. Ja, da hat es aber auch nur ballern, ist mega. Rush auf dieser Map, weißt du, du musst durch zwei Verengungen durch. Und da sind sich dann zwei Gruppen gegenüber, die sich die ganze Zeit bekriegen. Und das finde ich irgendwie, ist jetzt nicht das Geilste. So sehe ich das auch. Egal. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.